Ja, das ist meine Bestimmung. Ich gebe dir gleich eine andere Bestimmung. Ich habe mein Handy diesmal gar nicht geladen, fuck. Muss ich den Stream so laufen lassen. Babam, ich habe zwei Zuschauer. Ja, dich und Nico. Boah, hast du Knochen? Ey, du bist echt so ein Knochenmensch. Tja. Alter, verdammt. Wir haben hier aufgehört. Wo sind wir stehen geblieben? Was sollten wir tun? Ihr habt den Schwimm-Dingsbums da gefunden. Da würde ich auch gerne hingehen. Erstmal first dann. Erstmal first dann. Stimmt, wir wollten zur Basis erstmal zurück, ne? Eigentlich ja. Soll man ein Scheiß-Update rausbringen, wo die hier so eine Dreckskiste reinballern? Jo, so eine Kiste. So eine allerlei Kiste. Mhm. Du weißt, das wäre echt mega geil. Ja, mal ein praktisches Tool. Aber wir müssen aufpassen, wo wir hier rausgegangen sind. Da war ja hier irgendwo der Mutant, ne? Ja, ich muss meinen Schorn noch mal umstellen. Ja, ich muss auch mal in die Höhle rein. War ich meine Axt nicht verbessert? War ich tot? Nein, ich war nicht tot. Mhm. Warum nicht meine Axt nicht mehr verbessert? Wo bist du denn überhaupt? Ich bin auf der Weg, äh. Ich bin on Tour. To the base. Ja, ich komme da einmal mit hin. Oh ja. Habt ihr vor der Höhle, äh, ein... rausgestellt? Ich meine, ja. Zwei, drei. Du kannst zählen, cool. Komm at me, bro. Komm at me. Ja, aber... Schmeid direkt oder was? Okay, wir können beide nicht treffen. Oh, lol. Der eine ist fast in den Abgrund gesprungen. Was für ein krasser Ficker. Er ist tot. Der hat einfach mal gar keinen Bock zu sterben. So. Äh, du Ruhe. Woh. Schön, schön. Varek. Was erfahren. Der eine ist ja einfach fast in die Höhle gesprungen. Was war los mit ihm? Er wollte nicht mehr, direkt aufgegeben. Ich schwöre. Er ist, er ist. Ein guter Stück von dir weg. Da. Warte mal, geht das? Kann ich jetzt hier aus dem Beutel auch trinken, oder? Drück mal, äh, er... Mach mal deine Tasche auf und drück er zwei. Auf dem Beutel. Okay. Now I got it. Ist aber halt dreckiges Wasser, ne? Ja, ist nicht schlimm. Ich mag's dreckiges. Wow! Warum sagst du wow? Sag mir einfach wow. Ich sag wow, weil ich gestorben bin, wow. Nein, warte. Ja. Verdammte Kacke, kann einer mich holen? Wo bist du denn? Ich seh da eine Klamme gar nicht. Nach unten. Ja, hohoi. Ich hätte das kleine Loch hier nicht gesehen. Ja. Dann, ähm, würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall das Ziel für heute. Ja, Schatz, du kannst Feierabend machen, wir versuchen nicht so. Ich bin genau da, wo die Höhle ist. Ich bin gar nicht... Welche von den, äh, den ganzen Häusern, weil... Unter dir. Die letzte Höhle. Nico, da sind wieder unsere Friends. Was, was? Oh, hallo, na, du möchtest als erstes? Nee, nicht rennen. Ich schwöre, ich hab gestern Mafia eine Runde gespielt. Hiergegen ist das einfach so schnell. Hallo? Muss ich dich da jetzt runterschießen? Er ist noch nicht tot. Er ist am weinen. Ja, mit holen wird auf die Schnelle gerade schwer. Ja, ich hab den einen vom Baum geholt. Alter, was macht ihr denn hier für den Job? Müssen gleich mal gucken. Oh, jetzt noch jemand. Wo bist du? Ich bin bei dir, ich bin bei dir, ich hab dich gewöhnt. Alles gut. Alter, es werden noch mal mehr. Jo. Mal mehr auf jeden Fall noch. Ach, da bist du. Okay. Ihr Panna macht meine ganze Rüstung kaputt. Super. Wie komme ich jetzt an meine Tasche? LOL. Der, der, der wollte die mitnehmen. Wieder. Was ein krasser Typ. Der ist tot. Hinter dir ist noch einer. Zwei. Ich hatte eine Angst. Hier ist noch ein Vibe. Eine Sege. Der. Zuschauer Nummer drei, guten Tag. Vibe down. Ja, bei mir buggt das gerade irgendwie so ein bisschen. Ja, ja. Der ist auch tot. Noch einer. Ja, hier. Ja, hier. Ich kann sein. Kommt. Oh, ganz gut. Oh, zwei, 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 zwei. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Lauf, lauf. Oh, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Udi. Wie würde man den gern sagen? Die, wie würde man den gern sagen? Bruder, muss. Lass mal hier rüber, lass mal hier rüber. Die kleine Insel. Die kleine Insel ist aber, glaube ich, ganz schön groß. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich höre die Gefühle neben mir laufen. Ja, alles gut. Können. Können wir uns erkritten. Aber immerhin, man verliert das Spielzeug vom Timmy nicht. Nein, Gott sei Dank. So, warte. Brauche ich. Die beiden sind da hinten rechts. Das? Die machen irgendwas kaputt von uns. Brauche ich das? Ach, die machen unser Lagerfeuer kaputt. Wenn das Lager vergeht, noch der Hauptsache, das Haus bleibt bestehen. Ach, sie mal eben den einen Typen hier, der hat sich nämlich von der Gruppe getrennt. Fehler, oder? Ja, ich bin hinter dir. Ich versuche mal meine Trickshot-Skills. Ja, nicht getroffen, läuft. Keines Gelds. Hallo. Das geht's nicht von. Renn ich weg, du. Ich schwöre, ich mach Golasch aus dir. Ich schwöre, der ist tot. Boah. Ich wollte gerade wieder eskalieren. Schnappen wir uns jetzt mal die beiden Mutanten. Ja, ich brauche Rüstung. Ja, ich seh mich auch. Die kommen auch. Warte mal, ich versuche den einen hier vorne zu erwischen. Dann haben wir vielleicht getrennt. Dass wir hier eventuell trennen können. Happen. Kommt. Waffen anzünden und dann Feuer. Die kommen beide, die kommen beide. Geh weg, geh weg. Der erste brennt. Müssen wir den zweiten zum Brennen kriegen. Im besten Falle. Nein, 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 nein. Ich kann meine Waffe nicht anfangen. Der zweite. Warte, ich brenne. Meine Waffe brennt noch. Brennt. Oh, der hat mich gut erwischt, Alter. Warte. Genau, jetzt trenne ich weg. Ich trenne von hinten. Genau. Schau mal schön. Einer down. Warte. Machen wir bei ihm einmal noch. Block einfach und dann dreht den, den auf jeden Fall der Fokus hat. Einfach blocken und von der Gruppe wegdrehen. So, hab ich jetzt. Jetzt könnt ihr ihn von hinten angreifen. Ganz entspannt. Warte. Moment, ich ziehe meine Waffe eben an. Oh, der hat Krissi. Warum brennt der nicht? Jetzt. Boah, der hat mich fast. Boah, der hat richtig was. Der hat richtig was ausgehalten jetzt. Wo ist der andere? Hier oben. Also ich war mal auf sieben von zehn Rüstungen. Jetzt bin ich wieder auf vier. Ne, ich bin jetzt bei zwei von zehn. Und einmal Medizin rein. Und Snack noch essen. Da geht's mir ja gut. So, ja, also müssen wir jetzt Höhle finden, die ganz nach unten geht, ne? Okay, das ist ja. Ja, nicht ganz nach unten. Sondern? Da auf dem grünen Steck, guck mal hier. Ach so. Ja, warte mal, das ist der hier vorne. Dann lass uns hier vorne doch direkt rein. Das ist die Höhle hier vorne, bei dem Häuschen hier. Hat wer zufällig zwei Knochen? Ähm, Knochen hab ich gar keiner. Knochen, ne, Knochen, mehr raus. Ne, wir können, wir können die Mutanten eigentlich ganz locker bewegen. Einfach blocken, rückwärts laufen, wer den Fokus hat. Dann können die anderen beiden von hinten draufschlagen. Hier, ne, Marco, wir sagen ja. Ach da. Ja. Vielleicht fahrt er auch nicht hier auf die Kletterdingswumpst dran. Ich... ...glaub schon. Dann könnt ihr euch wiederholen. Ja. So, ich hab schon wieder keine Ausdauer mehr. Ich hab mich schon gewundert, warum ich nicht einfach ganz entspannt runterrutschen kann. Ey, ey, brems, 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 brems auf. Ey. Das ist mir nicht so runtergekickt. Das schön ist ja mit auch Taschenlampen und so. Wir können hier in Spaß schwimmen. Wir. Ja, aber jetzt kann man auch hier nochmal gucken, ob es hier nicht irgendwo noch andere Räume gibt, oder so, in denen wir noch nicht waren. Ja, da war doch irgendwo ein Raum, oder nicht? Ja, ich bin hier jetzt rechts rum, Mark. Also hier rechts geht's runter, wenn du rechts rumschwimmst. Ich muss Marco hinterher schwimmen, aber wie? Ja, ich guck hier einmal schnell. Ist das weit? Nee. Dann bleib mal da im Wasser stehen, da wo du raus kannst, okay? Warte mal, hier ist nur ein Zelt. Ich weiß nicht, inwieweit es hier weitergeht. Aber ich geh oben hin, dann könnt ihr da hinschwimmen. Warte. Schatzhof. Genau, ja. Ja. Ich muss da auch rausziehen. Ich find's geil, dass der die automatisch anlegt. Aber... Echt, der legt die automatisch an? Ja, ja, wenn sobald du ins Wasser gehst, zieht der die an. Hat der bei mir grad nicht gemacht, deswegen. Aber der... Nimmt die nicht? Soll ich speichern einmal? Ja, speichern einmal. Aber der legt die nicht automatisch ab. Das ist was doof. Ah, hier geht's raus. Oder? Ach so, ich sollte mal... Ich muss eben Waffen vorbereiten. Ah, meine Tasche, geil. Guck mal. Ich könnte auch Hüllenführer werden. Förster. Ja, Förster. Ich bin der Förster. Medikamente. Warte mal, hier ist wieder die ganzen Kisten, wir sind hier wieder zu, Stöcker. Alles leer. Ne, ne, ich verkehren. Ja. Habe ich glaube, ja, aber noch voll. Ich auch, zehn Stück. Ja, bin ich noch voll. Hier ist Soda drin. Hier ist Soda. Wo? Hier hinten, in der Ecke. Ach guck mal, kann ich eine trinken? Und dann... Da ist nix. Oh, das hängt übelst. Ja, ich bin mir gerade auch kurz. In meinem Internet gerade ein bisschen eingeschränkt. Ich kann das nicht anzünden. Na. ich gehe einen kurzen weg ich dachte ich komme da runter auf einer seite wir gehen noch mal die mission die musik von mission in posten das ist so wieder diese ganzen 2 sind auch irgendwas noch ein Snack läuft wackeln aber wie war das nochmal doch hier hoch wie lange ja, da ging es runter und dann wieder hoch oh, mir ist ein bisschen kauf hier ist die Axt sehr schön und ein Hinweis 599 Dollar kostet die Kettensäge ne haben wir die auch schon mal perfekt hier lag ja auf dem Boden zurück vor mir ja, ab aber hier ist auch noch was das hört sich nicht gut an das hört sich nicht gut an hinweis ach, wo die Pistole lag ne oder ein Pistolenteil das ist was anderes so ein Pistolenteil oder so da lagen nämlich auch zweimal Kugeln ja und hier geht's hoch hier geht's noch mal hoch mir ist ganz schön kalt ganz schön kalt ganz schön kalt ja das war's ja das war's hier geht's nicht mehr hier geht's nicht mehr weiter das ist ja Betrug ist doch doch, Betrug hier muss irgendwas sein nur jetzt nix sprengen kann man ja auch nix ja wir haben Musik aber ja hört ihr das? ja, ich hab's noch mal gehört aber vielleicht gibt's noch einen anderen Weg hier Vielen Dank. Oh, das ist aktualisiert. Snack. Ja, guckt ihr mal, ob das hier lang geht? Also hier unter im Wasser. Ich sehe hier nichts. Nee, nee, geht nicht. Das wird so alles. Das wird so alles. Das wird so alles. Das wird so alles. Oh Mann. Bitte wartet auf mich. Oh Mann. 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 Oh. Oh Mann. Justin, der Alte. Das ist er? Ja, ja, wo ist Justin? Hallo Justin. Kacke Werbung. Ja, wie so Werbung. Ja, er hat Werbung. Oh, da schreibt schon wieder einer. Keine Ahnung, wo ich hinlaube. Ja, ich glaub, Kevin, da ja, ne? Ja, wird schon richtig so in Richtung. Aber ich glaub, sie sollten gleich ein Turnfeier machen, weil ich auch was bin. Brauchst's nicht. Ja, jetzt sind wir mal so, ne? Denn das ist einfach komische Viecher. Wollt ihr denn mir jetzt ernsthaft den Kopf noch geben? Kaffee-Richt. Da sind noch ein paar, da sind noch ein paar. Drei Stück, sehe ich. Hm. Hallo, hallo, hallo. Freunde. Freunde, ich muss hier mal kurz zündeln. Boah. Das ist noch ein Vierter. Oh, ihr kriegt eine Szene. Du wolltest lachen, jetzt hast du selber einen. Oha. Wie schnell sind die denn bitte? Ich sehe gar nichts mehr. Schon. Können wir einmal bitte Lagerfeuer machen? Ja, können wir machen. Dann legen wir die Leichen drauf und dann habe ich auch meine Knochen. Sehr schön. Nicht viel bei dir, Dickie. Hier irgendwo war noch eine, oder nicht? Das Streamer guckt nicht oft, Chat. Zehn von zehn. Wink, 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 wink. Haha, f*** dich. Alter, red nicht in so... Insider-Scheiß. Der sagt, du guckst nicht auf den Chat. Davon kriegst zehn von zehn Punkte. Gehen wir mal in die Knochen hier. Geht doch. Ein Krokodok. Kloche ohne Ende. Klochen, 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 Klochen. Klochen, Klochen. Ich kann mir endlich meinen Sperr wieder machen. Ja. Wenn ich eine Krokodilhaut haben wollte, kommt zu mir. Oh, hat einer Alkohol-Eimer. Wo ist das denn? Wieso ist das weg? Wieso ist das denn? Wo ist das denn? Weil da nur noch Fleisch war. Ein, einmal, äh, Alk. Ja, dort, wo du abgeben kannst. Oh, ich kann immer nur einmal. Ja, ja. Ich kann dir immer noch ein bisschen was geben, wenn du willst. Ich brauche das. Er, gib mal einen noch auf Reserve vielleicht. Take it. Take it. Wir keine Emotes. Ja, wir haben auch noch, glaube ich, keine wirklichen eingeleiteten Klochen, 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 Klochen. Machst du euch doch auch mal den verbesserten Sperr, da liegen ja noch Knochen. Ich bleib bei meiner Axt, ich verbessere gleich meine Axt noch ein bisschen. Ne, mit dem Sperr, wenn du Alkohol hast, dann kannst du den da dran machen und den werfen. Ich kann auch meine, meine Dings anzünden. Meine Teller. Die kannst du nicht werfen. Achso. Aber die kann ich schießen. Ja, ich dachte meistens seine Axt. Oh, die Schreiber. Da kommt einer. Ja, meint er. Ey, komm her, du Ninja. Komm. Ich glaub, achso. Ich dachte, er rennt jetzt den Weg dahin. Waaah, Mann, grauen sie sich so an, du scheiß Mist, wie. Komm her, fick dich. Ehrlich, geh. Geh, kacken. Geh. Kacken. Ich hab einen. Eie, das ist was. Der, wer da ist. Hey, Nico. Hä? High five. Warte. Oha. Was soll das denn? Also, falls du mal eine rechte Hand brauchst, ich hab hier einen für dich. Warte, du bist ein Spaß da. Treffer. Hallo, hallo, hallo. 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 Klaut der mir jetzt mein Speer, oder? Hurensohn, bleib jetzt stehen. Abo, er hat Sohn gesagt. Nein. Ich dachte, er läuft weiter. Er so in den Schuss gelaufen. Ja, moin. Was ist jetzt mein Pfeil denn da? Bleib stehen. Bleib stehen. Komm, komm, bleib stehen. Bleib doch stehen, Mann. Geht doch. Schatz, ich hab was für dich. Guck mal. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ein Eichernchen. Die geben noch nicht mal Fell, die Schaltviecher. Äh. Kennen wir da einer? Ähm, jemand Rüstung? Bock? Ja, ich bin dabei, ich komm. Okay. Babys sind auch am Start, mit von der Partie. Oh, hallo. Na dann. Ist die Jagd eröffnet, würde ich sagen. Yay. Vorsicht, Baby, komm, geflogen. Ja, hab's gesehen. Nicht mehr. Doch, doch. Aua. Wenn mir eine Rüstung weggemacht hat, der Penner. Mir auch. Aua, noch einer. Aua, die scheiß Babys, die rumkriegen, nerven. Nein, nein, nein. Boah, ich wollte gerade das Baby töten. Oh, wir kriegen nochmal Besuch. Normale oder großen? Normale. So, Baby tot. Ja, ich sehe schon da hinten. Hallo, 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 ruhig. Oh, oh, oh. Gut, ist down. Toll, jetzt habe ich minus eine Rüstung gemacht. Ja, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Schön. Wie verbuggt das einfach bei mir ist? Der schwebt bei mir. Und da kommt man wieder, er hockt. Er hat einfach die angenehmste Sterbepose. Er steht einfach. Hey, hier war, achta. Achta, hier war da irgendwo ein Vogel. Ah, Exit tot. Muss ich gucken, dass ich irgendwo mein Speer hier wiederfinde. So, hier. Der hat im Stein gesteckt. Ach, Federn. Jo, genau deswegen bin ich hier gerade ein bisschen. Auf Vogeljagt. Schön. Oh, hier ist einer. In die Eier, in die Eier, in die Eier. Boah. Wichser. Geh mal weg, ich muss den in die Eier stechen. So, der ist kastriert. So, wollen wir dann weiter in den Norden, ist gerade so schön hell. Nö, ich weiß gerade nicht, wo lang. Ja, warte, ich guck mal. Guck mal kurz auf meinen Kompass. Wir müssen da lang. Ah, hier so in die. In diese Richtung. Nico, du hast da immer dein Bein. Ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Mach's weg. Er ist weg. Danke. Schatz, kommst du? Hallo? Schatz? Du hörst mich doch noch. Habst du auch immer geschrien? Ich werde einfach ignoriert. Finde ich selbst. Irgendwie so oft. Schatz, alles gut? Äh. Dann kann ich dir auch helfen. Gleich wird wieder kalt, ne? Ach, Schnee, wir haben hier noch. Schneegebiet. Kann ich meine Schneeschuhe anziehen. Was, Schneeschuhe? Warum musst du Schneeschuhe? Hallo, hallo, hallo. Oh, warte mal. Wir sind ja einmal direkt kalt. Moment, Moment, Moment. Ich muss einmal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich bräuchte mal ein bisschen was gegen die Kälte. Okay, nur Stefa, aber einfach nix. Ich würde sagen, lass uns noch nicht ins Kältegebiet, komm mal ein Stück zurück. Hier runter. Ähm. Bevor wir jetzt in den Schnee gehen, bauen wir uns alle drei so einen Wärmeanzug. Auch noch drei, äh. Ich schreie das ganz laut. Zwei fehlen noch. Das ist, 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 fertig. Wie gesagt, ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns Wärmeanzuge bauen. Ja, aber Fäsche. Ja, ich kann mal da. Die mit, was ist da, sechsmal Reh, ein Kalinz. Ah, ich vier. Was sind das vier, vier Fische oder was? Fische? Wildschwein. Ich kenne noch gar nicht, viermal Wildschwein? Ja. Und einmal noch irgendwas. Das kenne ich selber nicht. Das könnte ein Fisch sein. Das könnte was? Ein Fisch. So, da kriegt man mal jetzt nur Fleisch. Ja. Könnte eine Echse sein. Könnte auch. Nee, warte mal, das ist Lübert. Die ist gehen, die ist gehen. Ja, keine Ahnung. Nee, Echsenhaut ist das auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Was gibt es denn sonst noch für Tiere? Waschbärenfell ist das. Waschbären, ah, guck mal an. Davon habe ich zwei. Ja, davon brauchen wir drei. Ja, die Rehe werden jetzt gleich mal, glaube ich, ein bisschen das Problem. Ah, ich brauche mal Waschbären, dann habe ich alles. Also ich brauche noch, was ist das jetzt, Wildschwein oder Waschbärenfell? 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 Nee, warte. Waschbärenfell? Oder Nass, äh, 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 Wildschwein. Warte, ich gucke. Nasshorn. Äh, äh. Nasshorn. Ja, äh, Schwein. Wildschwein. Also ich habe davon den Stoff, die Seile und ein Mal Rehe. Ich habe fünf Mal Rehe. Ich brauche fünf Rehe. Ich habe zwei Waschbären. Ein Waschbär und ein Hasenbraurig. Und Hasen habe ich auch. Nein. Wo finden wir die jetzt? Was? Ah? Ja, ja, warte, warte, warte. So. Kurzer Positionswechsel. Ja. Also wir haben gerade gesagt, bevor wir jetzt in den Schnee gehen, bauen wir uns diese Wärmeanzüge. Achso, okay. Dass wir dafür jetzt erstmal fahren, weil ringt nicht. Sobald du reingehst, ist hier kalt und nass. Und, ähm. Was brauchen wir denn dafür? Sechs Rehe, vier Wildschweine, ein Hasen und ein Waschbären. Dazu noch zweimal, ähm, Seile und zweimal Schlaffer. Aber das ist... Also brauchen wir jetzt erstmal 18 Rehe. Ja, na, ich habe ein, glaube ich noch. Sechs Reichen. Da kommt ein Angeraden. Ich habe einen Besuch. Ja. Die sind hier gerade mit mehreren langgelaufen. Wir müssen natürlich... Am Telefon? Ja. Aber die haben doch nur den Katheter da sitzen, ne? Oder ist da die Ärztin? Oh. Ja, das wird doch gar nichts. Ja, die waren hier gerade mit mehreren. Sind die vorbeigelaufen? Ab Verentfernung. Wo ist der andere? Der war dann auch irgendwo. Wo ist denn Chrissy? Ich sehe Chrissy's Namen nicht. Weiß ich gar nicht, die hat mit meinem Papa am Telefonieren. Ja, deswegen. Nicht, dass die hier... Die steht irgendwo unterm Baum mit dem Feuerzeug. Und da ist die jetzt zu deren, weißt du, wie ich meine? Hä, die müsste eigentlich hier irgendwo stehen. Ich sehe auch nirgends meinen Namen. Schatz, wo bist du? Wir finden deinen Namen nicht mehr. Neben Nico? Neben Nico steht keiner da steht. Also ich sehe dich. Ja, bei dir steht auch der Host antwortet nicht. Oh. Ah, du hast quasi rausgeflogen. Ja. Ja, bei mir steht auch wieder bei Twitch. Hier können keine Kommentare angezeigt werden. Boah. Kannst du mal was im Chat schreiben? Das guckst du dazu, ja, ne? Ja, ja. Ach so, ja, okay, jetzt muss ich so gucken. Da sehe ich das. Habe ich. Ich brauche Rehe. Meinen Hasen habe ich jetzt schon mal. Toll. Oh, ich muss mal eben was. Haben wir doch Feier da noch? Ich habe dreimal waschbären Fall. Bestimmt, wir haben doch hiervon noch das Feier, ne? Dreimal waschbär? Ja. Das ist gut, dann brauchen wir Waschbär auf jeden Fall auch schon mal nicht mehr. Dann brauchen wir jetzt nur Rehe und Wildschweine. Und Hasen. Hast du noch keinen Hasen? Nee. Okay, ja, dann brauchen wir auch noch Hasen. Ich schmeiße mal kurz hier. Brauchst du auch Fleisch? Soll ich dir auch was draufschmeißen? Nee, ich habe noch keinen Hunger. Okay. Das ist nur ein Mensch. Nee, was? Snicken? Jetzt verstehe ich dich mal wieder nochmal. Ich habe dich gerade voll abgedämmt gehört. Okay. Mein Gott. Was ist denn jetzt gerade los, ey? Weiter. Okay. Das hört sich komisch an, ne? Nein, 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 nein. Von einer Stimmart meine ich, der ist richtig tiefere Stimme. Richtig tief und, und so, weiß ich nicht. Also wenn man den Feuer die ganze Zeit gehört hat, ich bin einmal aus dem Spiel raus, weil ich bin rausgeflogen. Vielen Dank.